Warum sind die Regale im Supermarkt jeden Tag voll? Wie merken sich Suchmaschinen welche Internetseiten du besuchst? Und wie können die Computer das Leben leichter machen? Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich mit diesen Fragen an der Schnittstelle zwischen Informatik und BWL. Im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der FH Aachen erlangst du daher unter anderem Kenntnisse in Programmierung, Statistik und Betriebswirtschaftslehre. Dabei setzt du dich zum Beispiel mit Datennetzen und IT-Sicherheit, aber auch mit Themen aus den Bereichen Marketing und Rechnungswesen auseinander. Du möchtest wissen, wie dein Berufsleben später aussehen könnte? Stell dir mal vor, du bist in der Firma tätig, in der du schon immer arbeiten wolltest. Hier treffen Informatik und BWL an den meisten Stellen aufeinander. Als Wirtschaftsinformatikerin oder Informatiker arbeitest du dort zum Beispiel an Themen der Logistik, Produktion und Unternehmenskommunikation. Dazu benutzt du IT-Systeme. Du organisierst also Abläufe und sorgst dafür, dass sie optimal durch Computer und Software unterstützt werden. Du solltest dazu ebenso gern technische wie betriebswirtschaftliche Aufgaben lösen und auf deine Gesprächspartner eingehen können. Logisch- analytisches Verständnis, Interesse an Computern und Mathe, Teamfähigkeit und Englischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil. Du bringst das alles mit und möchtest Wirtschaftsinformatik studieren? Dann bewirb dich an der FH Aachen. Bei uns kannst du praxisnah arbeiten und bist in ständigem Kontakt mit den Professorinnen und Professoren. Du hast bei uns auch die Möglichkeit, ein Praxissemester einzulegen oder im Ausland zu studieren. Mit 60 Plätzen ist der Studiengang überschaubar. Du kannst also aktiv an allen Themen mitarbeiten und in den Laboren auch direkt die Anwendung kennenlernen. Am Ende des Studiums erhältst du den Abschluss Bachelor of Science. Im Anschluss an das Studium findest du als Querschnittsdenker deine Tätigkeitsfelder in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel in der Softwareentwicklung, als Controller, IT-Consultant, Business Analyst oder Produktmanager. Alternativ bleibst du hier an der Hochschule und machst Karriere in der Forschung und Entwicklung oder du machst dich selbstständig. Interessiert? Weitere Infos findest du hier auf unserer Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017